So, dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Das war jetzt schon jetzt ich hole. Warnet ihr einen Weg durch die Anlage und erreiche die Straße, die zur Basis führt? Ja, ist es Montag. Das ist das Gute, ja, in der Woche. Ich hab auch noch einen Energy Drink rumfliegen. Boah, ist jetzt aufstehen. Wieso? Ja, da bin ich für Portia Trigger. Wer tut das Kraftwerk? Ja, da bin ich. Bleib zurück, Greengold! Okay. Hey! Watch your aim! Heavy activity out here. Refugees. All headed for Jerusalem. I never had a chance. Ja, das habe ich gerade gemerkt, als ich so richtig besorgen wollte. Fertig. Haha! Haha, ich bin ganz gefallen. Haha. Hahaha! WM. ich habe keine Spinnade um ich habe keine Spinnade um get out of the open we need you alive okay okay oh oh i'm going to blow it hey look over here oh i'm going to blow it ja wo es war denn klar hallo ja Jetzt können wir noch die Verdiene rumstehen, wenn wir selber in der Hotel gefangen sind. Na gut, mit Verteidigungsanlagen sind wir jetzt gerade ganz gut ausgeschnitten. Ah, Kiefer! Au, 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 au! Danke. Kiefer! Yes! Turbine's online! We owe you big time, Doctor. Honestly, I did not expect that to work. Watch your fire! Phoenix, report. I pulled away as many as I can. Gonna take them for a run. The base is like what? Five clicks away? That's what came in, I saw a hood on the other side of my old friends. Keeps! You'll be able to find a ride. I'll be able to find a ride. I know nothing. Stop! Stop! Doc, get behind us and watch your ass! Es ist ein Dämmchen. Ich sehe einen Exen. Farbeige. Das ist ein Dämmchen. Ich sehe einen Exen. Vorher. Das ist ein Dämmchen. die entfernung ist hier nicht so gut woran sie brauchst du schon ihre drei schüsse teilweise nicht so gut ja keine chance wurde aber wir ich versuche mich zu euch durchzuschlagen ich bin damit die Tankstelle Okay, let's go. Jaja, haut ab von mir. Ich bin der Infizierer bei mir. Oh, ich hab jetzt das wieder erwischt. Oh, scheiße. Ja, die sind vierten, die konnten schon mal richtig abfacken. Ja, ich hab schon gerade gelesen auf höheren Schwierigkeitsgraden, das ist ein bisschen anders aus. Wieso komm ich, wieso komm ich hier nicht weiter? Ich will hier runter. Da muss hier auch noch rumlaufen, den Weg hier entlang. Okay. Hier oben. Genau, ja. Komm, look at this! Okay, damit hier brauche ich. Oh, jo. Oh, get me some meds. Die nehme ich doch mal an. Hey, back time! Schau, hier sie kommen! Oh, ich bin die Kompassade. Oh, ich bin die Kompassade. ja man trotz der barrikade ja wir können ja ich sehe gerade die ganze kleben hausse also ich kann sind der claim von rainbows succeed aber los headshot oh oh Halt Ich denke, ich kann diesen Fan fahren. Was bedeutet das? Die Batterie ist dead. Ehh... No fuel. The basics. Find those parts, or we're dead. Things are good. Moving to you, Doctor. Wait, 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 wait... Oiejím... Uơi... Ui... Ui... Oiejím... Ui... Zicle... Payan... Get the 후� 않아요! Man... Yes... Oh, bollocks Ich habe ihn mit ihm geblieben, dass ich ihn nicht vergessen habe. Ich habe ihn mit ihm geblieben. Ich habe ihn mit ihm geblieben. ich würde gehen da umschreit weg ist er wir sind rein ich habe auch noch einen geholt wir haben auch die Autoteile zusammen, bevor der Sparm kommt komm hier rein zum auto ja gut ja gut nice yes zweiter Teil auch erledigt Jawohl, Level Up. Level Up. Level Up. Level Up. Ab. Ich auch. Heute gibt's Zombie-Geschnitzelte. Japp, japp, mit Käse. Ja, bereit. Gut, und den nächsten Teil, wir machen in der nächsten Folge.